Die ganze Zeit, Ami, hab ich da jetzt für einen Jungen entschieden? Was soll ich denn jetzt machen? Kann doch nicht drehen, Junge, weil ich lange wachen würde. So. Ja, voll. Willkommen. Was ist denn los? Was ist denn los? Du willst auch zu mir mitkommen? Toll. Dann wisst ihr, es kommt gleich alle mit. Die Kuffmehl in den Wohnwagen und dann ziehen wir das. Genau. Einwandfrei. So, so. So, so. Willi, 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 Willi! Komm hier, Komm hier! Komm, Komm, Komm! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020